Musik Im Fernspindende Höhen steigen den Berggiffen zu. In unserem Herzen brennt eine Sehnsucht, die lässt uns niemals in Ruhe. Musik Herrliche Berge, sonnige Höhen, Walfahrerinnen sind wir, ja wir, weil es so schön ist und wir abfeiern, deswegen stehen wir hier. Musik 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 Die Hektik, den Stress ablegen. Für alles Wesentliche bekommen. Man braucht einen Weihblick. Wahrhaftig geben, kreativ durch die Welt gehen. Man braucht einen Durchblick. Zusammenhänge sehen, das Leben durchdenken. Man braucht einen Einblick. Sich selbst wahrnehmen, in sich hineinhorchen. Man braucht einen Ausblick. Offen sein, Perspektiven erkennen. Man soll auf einen Rückblick halten. Glücksmomente dankbar genießen, Kreuz zu tragen. Ich hab auch ein Kreuz und habe auch viel zu tragen. Wo ist denn? Meinen Schulrugzeug, da tut man auch auf die Kreuz weh. Ich habe auch ein Kreuz. Aber Gott sei Dank am Hals und nicht auf den Schultern. Jetzt jammere nicht schon wieder, das ist ja nicht schwer. Aber ich bin schwer, wüsst mich drum, wüsst du wahnsinnig, mir reicht das Gehen. Gehen, Weg ist weggehen, sich auf den Weg machen. Wer macht auf den Weg? Ach, sich auf den Weg. Was heißt das? Wir machen uns jeden Tag auf den Weg, und zwar in die Schule. Und haben unser Kreuz, mit dem Kreuz beim Sitzen. Und das reicht. Wir sind so weit gegangen, wenn der Sonnenschein zu feiern kommt wird. Und versucht es doch auch einmal. Wir sind so weit gegangen, wenn der Sonnenschein zu feiern kommt. Der war grubi, Frau. Lufelser. Vielen Dank. Vielen Dank.